namaste guten morgen schön dass sie mit uns gemeinsam heute am dritten tag der quarantäne in bayern meditieren loka samastra suki no bhavantu mögen alle menschen glücklich und zufrieden und gesund sein namaste ich wünsche ihnen einen tollen montag für viele sehr ungewohnt zu hause zu bleiben nutzen sie die möglichkeiten die sich ihnen hier durch diese zeit mit der familie mit den partnern mit den kindern zu hause bieten ja haben sie gesund bleiben sie gelassen und seien sie ein vorbild namaste